Herzlich willkommen bei der OWL Verkehr GmbH. Zurzeit sind leider alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Platz ist für Sie reserviert. Für Fragen zum Datenschutz und zu unseren AGBs schauen Sie bitte unter www.teutoowl.de. Tastenauswahl. Sie haben Fragen zur Schülerkart Bielefeld, Ihrer Schülerfahrkarte oder zum Schülerticket? Drücken Sie bitte die 1. Sie haben Fragen zu Ihrem bestehenden Abonnement oder Sie wünschen eine Fahrplanauskunft oder eine Ticket- bzw. Abo-Beratung? Drücken Sie bitte die 2. Sie haben Fragen zum Tarifgebiet Westfalen Tarif? Drücken Sie bitte die 3. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.